Trommelklinge und Tanzmusik halten heute durch die Teamstraße. Die Dealer Villa veranstaltete im Rahmen der Aktion One Billion Rising ein buntes Spektakel. Weltweit wird hierbei auf der Straße getanzt. Grund dafür ist der Protest gegen Gewalt an Frauen. Allein in Deutschland wurde heute an 123 verschiedenen Orten getanzt. Wenn ich sage, dass das heute noch notwendig ist, da denken wir vor allen Dingen auch an solche Sachen wie den Schutz von Opfern häuslicher Gewalt oder Diskriminierungen an Frauen, die wir im Alltag heute erleben, auf Schulhöfen, während der Arbeit. Ich denke an ungleiche Löhne, ungleiche Bezahlungen, was heute ja auch in der Politik noch ein ganz wichtiges Thema ist. Und deshalb meinen wir, dass es halt wichtig ist, sich an so einem Tag zu zeigen. Die Aktion One Billion Rising hat das Motto Erhebt euch, befreit euch, tanzt. Für das Frauenzentrum Cottbus war diese Veranstaltung eine Premiere. Mit Trommelgruppen und Linedance wurde hier Schwung in die Menge gebracht. Alle, die vorbeikamen, waren aufgerufen mitzumachen.